ARD Text im Auftrag von Funk Wir heissen zwar beide nicht Bruno, aber wir waren trotzdem Kameramänner hier. Wir konnten viele schöne Erinnerungen aufnehmen und hatten weniger Schlaf als andere. Aber es hat sich gelohnt für uns. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei euch bedanken für das Interesse. Wir hoffen, dass wir euch hinter den Kulissen mitnehmen können von unserer Wetterverwaltungsreise in Riga. Ich möchte noch gerne meine Mutter grüssen. Hallo Mutter! Und meinem Vater gerne auch. Hallo Vater! Ade! In diesem Sinn, tschüss aus Riga. Macht's gut! Ich müsste euch an diesen Kulissen durchsetzen. Ich möchte mich gerne nochmals nachselben. und sch pat auf das Kulissen zusch começo. Ich möchte euch ins Casa Kulissen cheier sein. Ich möchte euch über das Kulissen und den Kulissen. Musik 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 Take-out Ja Take-out Take-out Wie sagt man dem? Outtakes Outtakes Genau, da sa Lukt Okay Woah Musik Ja mach, ich bin im Film am Fall. Gestern sind wir um 2 Uhr losgefahren und dann sind wir mit dem Zug auf Zürich. Und dann haben wir uns am 4 Uhr dort getroffen, alle zusammen. Und dann muss ich noch mehr erzählen. Oh Gott, du schnimmst die alles so lange aus. Du willst jetzt verruhigen. Hei, Lanze. Ist einer da, der noch nicht gekommen ist? Nein, ich habe nicht. Noch mal bitte. Also es gab Scheinkriegs, wir haben... Oh nein, warte. Das war eine tolle Leistung, die die Leute heute abgeliefert haben. Scheisse. Ah, du bist doch ein sicherer dummer Hund. Verdammt. Bist du Gangster vom Beruf? Ja, ab und zu. Hallo. Hallo Sebastian, du bist doch kein Gangster. Hallo. Mach mal. Super geil. Du Dufeldu. Wow, ich fabelt Rockstar. Auf Schrausde. So cool. Ja! W offenbar. Mach rein! Cool lustig! подписierens comptiten geht auf! ularisalen, Abonnieren. Copyright Untertitelbrаны. Tem quell? Vielen Dank.